ja in dieser anleitung zeige ich dir die umgekehrte bildersuche von google und damit kannst du deine bilder schützen für deine website aber auch zum beispiel für deinen facebook auftritt ein ganz wichtige sache also wir suchen bilder unsere bilder die vielleicht jemand anderer schon verwendet oder wir haben im kopf wollen bilder verwenden und wissen nicht ob die schon tausend andere haben dazu gehst du auf images punkt google.com das geht von deinem pc aus und das geht von deinem android tablet oder smartphone das geht nicht von deinem iphone oder ipad wenn du das iphone oder ipad benutzt dann ladest du dir die google app runter und dann kannst du das nutzen also wir schauen uns das jetzt an und wenn wir auf images punkt google.com sind dann ist hier so ein zeichen und ja das ist so wie ein ja eine kamera dass ich es rausbringe so wir gehen auf die bildersuche und wir haben hier zwei möglichkeiten wir können sagen wir wollen eine bild url einfügen einfügen also ich kann sagen unter willi brokoba dslash und so weiter punkt jpeg liegt das bild oder ich gehe dann auf den punkt bild hochladen das machen wir jetzt das heißt ich habe ein bild bei pixabay ausgewählt und ich möchte jetzt wissen ob das jemand anderer schon verwendet und ich kann ja auch sagen wie wenn es mein bild wäre jetzt haben wir hier 249 ergebnisse das heißt wir sehen 249 seiten verwenden dieses bild also wenn du dieses bild verwenden möchtest wirst du keine große aufmerksamkeit damit bekommen jetzt ist aber noch eines wichtig also du siehst hier alle seiten die diese bilder verwenden oder ähnliche bild aber du siehst hier dieses bild wird wirklich oft verwendet wenn du jetzt sagt zum beispiel du möchtest schauen ob auf facebook jemand das verwendet dann gibt es hier einen kleinen trick in der suche in dem du oben in das suchfeld reingehst ein leerzeichen machst und dann eingibst seit doppelpunkt facebook.com also ich zeige es dir noch mal ich unterstreiche es hier leerzeichen und seit doppelpunkt facebook.com oder du kannst jede beliebige webseite eingeben ob das dort schon sichtbar ist und jetzt durchsucht google das ganze ob dieses bild auf facebook liegt und wir sehen ja da liegt sogar 1 auf facebook also und das ist für dich sehr sehr schlecht wenn du mit facebook arbeitest weil facebook bestraft dich wenn du bilder nimmst die andere schon haben und so einfach kannst du das machen eines ist noch wichtig ja ich gehe mal davon aus dass du deine produkte gut vermarkten möchtest am besten geht das mit einem webinar und das kannst du in 90 minuten völlig kostenlos erstellen nur mit facebook schau jetzt unterhalb von dem video dann kriegst du die anleitung trag dich dort ein und ja und nutze auch diese umgekehrte bildersuche um deine bilder zu schützen und ja und wenn du wissen möchtest wie man deine wie du die produkte verkaufen kannst einfach nach unten schauen bei weiter